Du willst Captain Delta kostenlos anhören? Dann komm mit, ich zeige dir das auf meinem Laptop. Um Captain Delta kostenlos anzuhören, braucht ihr Spotify. Das ist ein sehr cooles Programm, das ihr gratis im Internet laden könnt und nachdem ihr euch angemeldet habt, müsst ihr das nur noch starten. Das geht so. So, nachdem wir das Programm geöffnet haben, ist es ganz einfach oben links im Suchfeld Captain Delta einzugeben. Da sehen wir schon das beste Ergebnis von Captain Delta. Das sind die vier Songs der EP. Zuerst erstellen wir uns dann eine neue Playlist, auch mit dem Namen Captain Delta und ziehen da die vier Songs hinein. In der Playlist haben wir diese vier Lieder dann und können immer wieder, ohne neu suchen zu müssen, uns diese Lieder anhören. Viel Spaß! Ich kann nicht verstehen, ich kenn das durch Rauch. Du brauchst was für die Ohren, du brauchst was für den Bauch. Dein Kopf fällt nicht still. Das hört ja immer noch an. Ja. Eih, falls du das... Wir haben dann noch dran, ich verflü Tenemos nicht überladen Sie, wenn wir